Herzlich Willkommen! Darum geht's heute. Wir haben die Möglichkeit bei einem der größten deutschen europaweiten Fitnessketten, ich glaube sogar weltweiten Fitnessketten, auf diesen Monitoren einen Clip von uns laufen zu lassen und deswegen sind wir heute hier. Ich habe meine Kamera eingepackt. Heute ist also nicht nur Martin am Start, sondern ich auch. Wir werden ein paar coole Bilder einfangen und daraus dann einen geilen Clip machen, geilen Fitness Clip machen, der dann auf den Bildschirm hier bei McFit läuft. Ich weiß gar nicht wie viele Studios die haben, ich glaube 240, 250 Studios, 1,4, 1,5 Millionen Mitglieder und das ist natürlich eine riesen Chance, eine riesen Möglichkeit und deswegen geben wir heute Gas, geben uns Mühe und hoffen, wie immer, dass es geil wird. Warte. Ja, ja, aber komm, mach den hier bitte. Noch einmal, noch einmal. Noch einmal, noch einmal. Guck, guck. So, läuft so lange. Na, es läuft gut, aber wir brauchen mehr Power, auch gerne. 4, zack, zack, zack. Ja, ich bin da draußen. Ich hab's so. Ah, das ist so. Hach. Wann? 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 Das ist ein bisschen mehr, bisschen mehr. Ein bisschen immer noch, bisschen extra. Du hast etwa ein Millionen, nicht extra. Noch extra! Fällt dir was auf, wenn du das hier beobachtest? Ich bin nie auf diesen Bildern drauf. Weißt du, was ich dafür mache, Martin? Ich drück' mir aufs Plakat, riesengroß. Ich werde das nächste Mal draufschreiben, DavidFarrellSixPacksFollowPlease, Instagram und so. Ja, und wenn ich reich bin, mach' ich das hier trotzdem noch, weil's Spaß macht. So. So einfach ist das. Wuhu! Martin, und hopp! Wuhu! Wuhu! Donnerstag, 15.7. Alles endete mit, komm, einmal. Was? Das ist cool. Ja. Lass uns mal einfach runtergehen. Dann machen wir einfach noch mal jeder mal fünf Minuten kurz trainieren. Ja. 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 Dez! Ja. Jo. Outro